Ja, und damit sind wir wieder zurück hier zum nächsten Spiel aus dieser Reihe hier. Ein weiteres Puzzle-Spiel für dich. Ja, dann spielen wir das jetzt. Das war sehr schwer. Das war auch sehr schwer. Äh, da, da. Äh, mal sehen. Da, 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 da. Da, da und da. Jetzt einfach mal danach, wie viele Ecken es gibt, habe ich das jetzt notiert. Fünf. Ja, und dann. Ähm. Ja, ich drücke den weißen Kreis und was soll ich dann machen? Passiert da noch was? Ja, gut. Damit muss man natürlich erstmal rechnen. So, da. So. Da, 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 da und da. Das war jetzt nicht so schwer. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Achso. Ja, das muss schon richtig sein. Nun. Ja. Ja. Achso. Ja. 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 Äh, nicht, oder wie? Ach so. Ja gut, damit muss man natürlich rechnen. Äh, 10. So, so. So. Ja, dann haben wir das geklärt. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. So. Ja gut, das, äh, damit muss man natürlich auch erst mal rechnen. Ähm, zeigen, welchen man für den als nächstes trocknen muss. Den, 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 ne, hä? Wovor fängt man denn da an? So, so. Äh, was war jetzt? Oh Gott, jetzt hab ich schon gar nicht mal aufgepasst, was da als nächstes kam. Also, 2 so, dann 2 so, dann 3 so, dann 2 so, dann da, 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 da und da. Ja gut. Ja, okay. Oh Gott. Das Spiel kann ich ja perfekt. Das wissen alle, die RDSQ gesehen haben, die, äh, Pummelparty folgen. Das ist, was hier mit der Maus gesteuert wird, da geht das ein bisschen leichter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Musik 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 Dann Da Warum geht denn der jetzt so hoch? Musik 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 15 kann auch eine einzelne 5 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ja, das klappt perfekt. So, dann haben wir das geschafft. Äh, klar. Die Seite als nächstes. Nein. Und die Seite. Wir fangen aber neu an. Da. 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 Dann da. Dann da. Dann der. Dann da. 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 Der. Der. Der, der. Der. Der, der. Der, der. Und der. Ist das kompliziert? Ich drücke ja immer noch irgendwie diese Paste. Keine Ahnung, was das bringt. Den. 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 Das man manche weg machen muss dann wieder. Es gibt ja immer nur noch welche, die ich schon hatte. Ja, komm ich so irgendwie noch mal weiter? Wenn ich hier jetzt irgendwas drücke. So, ich probiere es auch immer mal nur dann. Das machen wir, wenn ich mir nicht Fäder gibt, die ich schon hatte. Ja, aber da war doch gerade. So, dann haben wir es endlich. 1,9. 1,9. 1,9. Ja, das hilft mir nicht weiter. Wie kriege ich denn das jetzt? Ja, das hilft mir nicht weiter. Wie kriege ich denn das jetzt? Ähm. So. Ja, damit rechne ich natürlich nicht, dass das funktioniert. So. Das kommt da hin. Das kommt. Da hin. Das kommt da hin. Und dann kommt das da. Äh. Okay. Hä? Der obere wird einen Knopf ausblicken lassen. Ah. So. Und dann kommt das. Und dann kommt das. Das kommt das. Das ist alles. Und dann kommt das. So. So. Ich hoffe immer, ich mache das hier so richtig. So, dann hätten wir es auch geklärt. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Ja, irgendwie so. 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 Ja. Ja. Ja, irgendwie so. Ja. 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 Ja, ich glaube, das passiert jetzt nicht mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.